Ich lade euch alle recht herzlich ein auf eine Fahrt mit dem Europarat oder ein Kombi-Ticket mit dem Europarat ins Schokoladenmuseum. Wir haben jetzt die nächsten Wochen hier im Schokoladenmuseum geöffnet. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Die Aussicht ist der Hammer. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Und insofern freuen wir uns tatsächlich, dass wir ab morgen eine neue Attraktion hier in Köln haben. Auch für uns ist das natürlich etwas ganz Besonderes mal auf der anderen Rheinseite zu stehen. Wir sind ja schon seit über 30 Jahren auf dem Kreuzfest drüben auf der Deuter Seite mit unserem Riesenrad. Aber hier drüben ist es natürlich etwas ganz Besonderes, ein ganz anderer Blickwinkel und auch etwas Neues. Wir sind ja noch etwas Besonderes, ob wir uns sein können. Masken auf dem Bis zum nächsten Mal. Und das ist eine mega Aussicht. Und das ist eine mega Aussicht. Und das ist eine mega Aussicht. Und das ist eine mega Aussicht.